Musik Musik Knapp 4000 Ballgäste werden in wenigen Wochen im Bregenzer Festspielhaus erwartet, wenn der größte Lehrlingsball im Land seine Türen öffnet. Getreu dem Leitgedanken von, mit und für Lehrlinge sind derzeit unzählige angehende Fachkräfte daran beteiligt, das abendliche Programm so spektakulär wie möglich zu gestalten. Das Motto der 12. Auflage, top die Wette gilt. Und bereits bei den Vorbereitungen wird klar, jede Gruppe zeigt auf eine spannende Art, was in ihnen steckt. So auch die Lehrlinge der Firma GRASS in Höchst. Es ist einfach ein neues Motto dieses Jahr. Es heißt top, die Wette gilt. Und jeder Lehrbetrieb bereitet seine eigene Wette vor und ich glaube, das wird schon spektakulär. Wir möchten, dass wir ein Lehrlinge so gut nachtanzen können, dass es unsere Wettparte direkt erratet. Damit schalte ich den Kopfhörer natürlich auf. Und ich bin eigentlich nur dazu da, das Ganze zu organisieren. Also ich schaue dazu, dass die Lehrlinge bei Laune bleiben, ich coache sie auch gleich beim Tanzen. Es war am Anfang sehr kompliziert, weil ein Thema zu finden, wo alle Leute mitmachen können, wo die anderen Leute verstanden, war schon ziemlich kompliziert. Aber dennoch haben wir es geschafft als Team. Wir haben alle Ideen gesammelt über das Wochenende, während der Arbeitszeit. Und sobald uns was eingefallen ist, haben wir es aufgeschrieben und dann haben wir uns abgeklärt, wie wir das am besten machen. Es werden viele Sachen kommen, wo man nicht erwarten wird, auch viel berufsbezogenes. Ich glaube, es wird schon ziemlich spannend, der Arbeit. Man wird was zum Lachen haben. Und das ist schon eigentlich unser Ziel, dass es lustig ist. Bis die Choreografie für den großen Abend sitzt, heißt es üben, üben, üben. Auch die Lehrlinge der Firma Blum stecken mitten in den Vorbereitungen für ihren großen Auftritt. Ausbilder Lars Sprengetti ist der Ansicht, dass diesjährige Ballmotto passt gut zur Arbeitsmoral der Firma selbst. Ja, wir haben uns einfach überlegt, wie können wir das Publikum ein bisschen mit einbinden. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir haben auch eine Publikumswette. Ja, durch das, dass diesmal das Thema Top-die-Wette gilt, müssen wir uns jetzt nicht extra irgendwie, ich sage jetzt, auf speziell vorbereiten oder ein Choreo machen, sondern wir können eigentlich das mit einbeziehen, was normale Ausbildungsinhalte sind. Und das halt diesmal so schnell und so gut wie möglich. Ja, durch das, dass ich eigentlich normalerweise Lehrling auf der Berufsweltmeisterschaft trainiere, ist jetzt das Projekt für den Lehrlingsball so schnell wie möglich am Borat zum Schläfen. Ja, reizt mich persönlich viel mehr, weil es auch eigentlich auf einer Weltmeisterschaft eine Geschwindigkeit hat, exaktes, genaues Arbeiten. Und von dem her macht mir das eigentlich ziemlich viel Spaß. Im Mittelpunkt der Wette der angehende Zerspannungstechniker Jakob Burgstaller. Seit Wochen optimiert er seine Technik, um die Konkurrenz schlussendlich in den Schatten zu stellen. Ja, ich denke schon, dass die Konkurrenz relativ stark ist, aber vielleicht sind noch manche mit mir auf der Augenhöhe. Das muss ich dann noch schauen. Ich weiß gar nicht, ob ich es, wenn ich auch trete. Also, es wird spannend. Wie sich die Lehrlinge im Rennen schlagen, zeigt sich am 30. November. Mehr Informationen zum Programm und zu den Tickets gibt es auf www.derlehrlingsball.at.